Der Ort, den wir dieses Mal suchen, liegt im Landkreis Wittmund. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde er 1310. Seine Geschichte reicht aber bis in das frühe Mittelalter. Vor allem wurde hier Handel betrieben und auch heute gilt der Ort als Einkaufsstadt. Eine Mühle gibt es hier auch. Die Pelle de Mühle gibt es seit 1850. Nach einigen Sanierungen übernahm der Heimatverein die Mühle und nutzt sie heute als Museum. Und ihn trifft man hier auch immer wieder. Der Bär ist nicht nur Maskottchen der Stadt, er ist auch seit 1540 Teil des Stadtwappens. So liebe Zuschauer, jetzt sind Sie wieder gefragt. Welchen Ort suchen wir dieses Mal?